Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Turok. Ja, wir dürfen, wir haben einen neuen Schlüssel quasi gefunden und dürfen nun Kapitel 5, also Level 5, betreten. Die Katakomben, ne? Jawohl. Dann schauen wir uns die doch gleich mal an. Hallo, ist hier jemand? Was haben wir denn zu bieten an Waffen? Ich habe momentan nur... Okay. 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 Ich denke... Bleiben wir mal bei dir. So. Ich habe jetzt schon wieder... Entschuldigung. Ich habe schon wieder mal einen Frosch im Hals und ich habe schon längere Zeit nicht mehr gezocken tut. Schweinchen, bleib hier. Schweinchen, Schweinchen, danke. Und, ähm, ja, das heißt, ich habe wieder ein tolles Feingefühl fürs Springen gerade. Also, ihr könnt euch schon wieder auf was freuen oder gefasst machen, wie auch immer. Anu, warte, bist denn du denn für eine Munizio? Warum darf ich dich nicht mitnehmen? Das ist gemein. Vielleicht, äh, für eine Waffe, die wir denn noch nicht haben tun. So. Und so. Hallo, hallo? So. Das ist auch nicht wirklich, ne? Wasserle und... Oh. Toll. Das habe ich wieder sauber hinbekommen. Da will ich einmal nur schauen, was hier ist, ne? Und dann kriege ich schon wieder aufs Maul. Herrschaftszeiten. Da geht auch nix derweil. Ah, da haben wir was. Mit Schalter. Sehr's. So. Wir haben auch was. Jo. Ah, da drüben. Au. Das warst du. Gibst du. Das bist denn du. Ah, neben. Aha. Eine Statue. Na, super. Oh, jo. Ich würde sagen, bleib mal doch gleich mal hier, ne? Nicht erst. Und, äh... Schauen wir uns das doch ein bisschen an. Aha, das ist so schon kaputt. Okay. Wir müssen so ein bisschen im Kreis laufen, vielleicht. Vielleicht... Mal schauen, ob es überhaupt so ein Kreis ist. Na, würdest du? Danke. Oh, Waffchen. Das schaut wieder sehr toll aus. Was ist das? Nix. Ui. Na, 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 na. Käfer. Böser Käfer. So. Okay. Das war's. Mein Stunut. Ein bisschen Munition. Oh, dann... Vielleicht mal die Waffe wechseln. Ja. Okay. Dann halt momentan wieder zurück, denke ich mal. Oder? Wow. Käfer. Ah, nichts zu so weiter. Aha, ich wollte das Messer haben. Äh, was? Äh, was? Okay. Okay. Ah, okay. Du Sackenwicker. Du Sackenwicker. So, okay, ja. Haha. Schön. Aha, ich verstehe schon. Das ist quasi dann der Weg, wenn man abstützen tut. Natürlich hätte ich gar nicht mehr schießen brauchen. Weil die werden ja eh wieder respawnen. Ja. Gut. Das war für die Fisch. Aha. 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 Da rein China. Tschüssi. So. Lieben. Ist immer gut. Aha. Da ist noch so ein Kerl. Alter. Puh. Ja, sicher. Au. Alter, was zieht denn jetzt hier wieder für eine Waffe hier her? Ich setz mal hin. Jetzt gibts eine Karte weg. So. Ich hab mal einen nervösen Finger. Immer dasselbe. Toll gemacht. Echt Zocki. Das war wieder sauber. Äh. Eine Witte. Ach so. Aha. Ich hab keine Ahnung, was ich mach. Ich sollte vielleicht mal mehr Karte und so. Ich merke mir mal kurz den Raum hier. Mehr Karte. Zocki, mach mal mehr Karte. So. Mehr Karte. Dann hier wär noch was. Da ist nix versteckt. Hier ist noch. Aha. Zum rausgehen wieder. Okay. Aha. Naja, warte. Trotzdem. Warte. Rausgehen. Da rüber. Da waren wir noch nicht. So. Der nächste. Und tschüss. Ein Minöpfelchen. Au. Ah, da. Schau. Wow. Der Herrschaftszeiten. Und der nächste, ne? Das sind schon richtig. Das ist richtig schwer. Ich hoffe, ich schaff das Spiel überhaupt. Was ist denn jetzt? Ey. Hallo? Was? Alter. Stiebst weg. Ja. Okay. Aha. Da haben wir Wasser. Ist das... wirklich? Aha. Oje. Ich hab hier keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich... Ich brüte jetzt einfach mal was. Ich glaub, so verkehrt was ist grad gar nicht. Weil vielleicht... Mehr Herzen. Gibt's nicht mehr Herzen? Also auch Herzen sag ich immer. Plus. Mehr Plus. Na. Also nix mehr raus hier. Huuuuii. Ist das das schon... Na. Das will ich nicht mit dem Messer. Jawohl. Einmal hübschen. Und dann geht's schon. Jawohl. Köcher. Glaub ich. Au. Au. Ja, ja, ist schon gut. Hab ich gar nichts mehr aus dem Messer? Ey. Das ist aber nicht fein. Aha. Da ist noch was. Tap. 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 Ui. Ah, super. So, darüber noch. Und jetzt Hühnchen. Entschuldigung, die Karte macht grad... Ich glaub ich grad nervös, ne. Also... Die ist grad nicht so toll. So, jetzt sind wir hier fertig, ne. Die Viecher können mir buckeln. Na, das Herz. Das Leben. Ich bin so doof. Ich bin so deppert. Das Leben brauch ich ja. Ich bin so deppert. Und... Da, da, da. Jetzt... Also, plus, komm her. Da. Karte. Ja, jetzt braue ich sie aber wieder nach. Ach, scheiß Dreck. Was haben wir denn da? Aha. Die Zühnchen. Die werden wir immer brauchen können. Und der... Ein Rucksack! Hurra! Ein Rucksack! Den nehmen wir gleich Huckepack. Den Rucksack. Jawohl. Die scheinen auch mal... Wah! Tot zu bleiben, wollte ich grad sagen. So viel dazu. Ja, stirb weg. So. Jetzt können wir das da drin wahrscheinlich angehen. War ohne Karte. Bist du voll irgendwie, ne. Geschmissen auf. Ich hoffe, wir sind da richtig. Oh! Passt. Oh ja, du Kerl! Da. Schwung. Alter. So. Puh. Ich muss nicht mal ein bisschen Leben einsammeln. Ein Zusatzleben haben wir ja noch nicht, glaube ich. So. Ja, da kommt die Grattler wieder, ne. Wahrscheinlich diese... Hüpf-Typen. Wow, ne. Wow. Geschafft. Nicht schlecht. Da bin ich glatte Entzückte. So. Zwei Wege. Ist das wieder ein Rucksack? Mini-Gun-Munition. Ach so. Aha. So, was habe ich Asche? Mini-Gun? Echt? Ja! I am Tura. Wir haben endlich mal ein extra Leben. Wow. Und Gesundheit dazu. Ha, ha, ha. Nichts erwischt. Trottel. So. Äh, ja. Au. Weg damit, ja. Au. Au. Bin schon fort. Wah. Ich weiß noch. Was ist das? Alter, alter, alter. Wird immer fort. Au. Wird erwischt denn? Oh, na. Soviel zu meinem extra Leben, ne. Ah, Mendo. I am Thorog. Ja. Tu mich auch. Das kann man gleich wieder laden. Ich könnte heulen. Ach Gottchen. Ja, Freulen ungeschickt. Das bin ich. So. Boah, das... Der Kampf auch im dritten Teil, ne. Also in der dritten Ding. Der war aber auch... Pfff. Der war aber auch heftig, ne. Und am Anfang tut mir das super, 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 mega schwer, ne. Ist eh nichts Neues. Na, Schweinchen? Ah. Scheiße. Schweinchen ist weg. Was ist das für eine Muni ist? Munition. Muni, Muni. Naja. Naja. Dann halt nochmal. So. Da, bum, 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 bum. Da, 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 da. Ah. Ah. Au. Boah, alter. Ha. So. Vielleicht sollte ich die hier nehmen. Und die mir auch verbrauchen. Ich hatte, wie du mich echt... Du Gratler, du Schircher, du... Unfassbar. Hier hast du Karte, ne. Warte, wo waren wir? Wie waren wir? Was habe ich getan? Schau. Wie es jetzt nicht ausgeht. So. Genau. Da oben brauche wir. Was uns ja eigentlich streng sind, nix bringt, ne? Weil, die werden sich so respawnen. Ja, sag mal. Wow. Käfer. Käfer kaputt. Drüben ist ein Spuck-Mich-An. Ich spuck dich jetzt an. So. So, was war hier? Da war nämlich noch was, ne? Da war noch Munition. Leben, Munition. Der Rest ist für die Fisch der Wald, ne? Ja. Ich hätte mir vielleicht zuerst einen Rucksack holen sollen. Das wäre wahrscheinlich schlauer gewesen. War. Käfer. Käfer. Ich will mein Messer. Ich will sterben. Du bist für dich. Au. Warte. Wo kommt der Nächste? Ja. Au. Das gibt's hier nicht. Wo kommen sie jetzt wieder alle her? Aha. Servus, Herr Spuck-Mich-An. Na, warte, jetzt kriegst du's ab. Waaah. So. Der spuckt mich nicht mehr an. Fürs Erste. Äh, da war gar nichts, ne? Da ist nämlich Leben. Da ist noch kein Leben. Käfer, schwöre. Yeah. Diese Käfer, ne? Au. Geh ein, du bist Fisch. Da schwöre der Nächste, ne? Au, au. Jo, ich geh da mal nicht weg. Um Gottes Willen. So, was nehmen wir denn? Ich würde sagen, die hier noch, ne? Schauen wir noch kurz da rüber. Oh. Hallo. So. Waaah. Aha. Waaah. Rucksack. Passt, jetzt fühle ich mich wohler. Waaah. Scheide Sandriffchen hat. Du Kerl. Ich renne jetzt einfach durch. Tschüss. Ah, ich muss hier runter. Stimmt, da unten war ja was. Ich schnell das Zeug da holen. Wusch, wusch, wusch. Na, wusch, wusch, wusch. War das alles? Da ist noch ein... Ich will immer Herz sagen. Da ist noch ein Plus. Für Gesundheit. So, muss ich hin. Da, das passt. Einmal links und einmal rechts. Hüpf. Was war da? Nix. Bapapapapapapapapapa. Bapapapapapapapapa. Hoi, Erika. Und noch da rüber. Wunderbar. Und dann haben wir das auch schon. Hier gescheißte Viecher. Hier. Dreckigen. Aber dass ich da nichts brauchen tue. Oh nichts. Überhaupt nichts. Das Leben schon. Aber sonst schaut's nicht so. Ist okay. Wusch, wusch, wusch. Ja, die Hüpfanzierung, ne, die Viecher. Wir hauen hier wieder ab. Da kommt der Schwiller. Der Kratler. Da ist nix. Das haben wir brav mitgenommen. Da war der Rucksack da drüben. Gut, wir hauen hier ab. Tschüss. So, da, 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 da. Äh, ähm, äh, ähm. Das ist so, da oben von da gucken wir eigentlich, ne. Wah. Schrotflinte-Munition. Wah. So. Wah. Ah ja, der Kratler wieder, ne. Bist du narrisch, ne. Wah. Au. Ja, jetzt mal wieder hängen, ist ja klar. Ich stehe bei Kratler und fertig ist. So. Gut, soweit. Was ist das? Geht's nur runter, ne? Aha. Wahrscheinlich irgendwo eine Brücke oder so machen, ne? Eine Brücke. Okay. Wie schauen wir da aus? Ich mag leben. Ich mag leben. Aha. Wahrscheinlich von der anderen Seite wieder herkommend. Wenn man da drüben was geschafft hat, wahrscheinlich. Also Schalter drücken. Und die Beine in die Hand nehmen. Leben. Ich mag leben. So. Ich mag hier. Du bist schon spuck, ne? Du Grater, du. Ich werde es mir jetzt vielleicht gerade auslachen. Aber irgendwie ziele ich leichter, wenn ich die Karte offen habe wegen diesem gelben Pfeil. Oder das umgedrehte V sozusagen. Keine Ahnung. Das ist für mich irgendwie wie so ein Suchdingens. Du Schierker, Kratler, du. Aha. Was zog jetzt an. Ich hoffe, wir haben mehr Leben. Wusch, 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 wusch. Wusch, 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 wusch. Dann da drüben. Hui. So. Dann wieder raus. Dann hier rüber. Dann hier die Sachen holen. Au, au, au. Au, au, au. I am Turo. Jawohl. Sehr schön. Wir haben unser Leben wieder. Ah, jetzt hat er mir erst gestanden. Du Kratler, du. So, wenn jetzt Wissen tätet, da hinten oben steht so ein Schierkertypi. Aha. Da drüben auch. Zuerst wäre gut vielleicht. Den runterballern. Dann den runterballern. Dann den runterballern. Dann noch den da. Schau, trifft er voll gut. Ey, ja. Dann werde ich einfach wegen meiner Schüsselheit die Karte offen lassen. Ah, da wäre noch ein Rucksack gewesen. Ein Rucksack. Dann den Rucksack. Ich nehme noch den Rucksack. So. Da haben wir schon. Ich will, äh, ich will so viel es geht mit. Au. Mitnehmen. Da ist der Kerl wieder. Tschüss. Wie zu dem einen drauf soll weiß ich. Wo schießt denn der? Ah, da drüben. Ich sehe dich. Arschkopf. Das war's mit dir. Das ist das Treffen auch. So. So. Wusch, wusch. Wir hüpfen. Aha, der Breiter wahrscheinlich nur hüpfen. Ich dachte, ich brauche nur hüpfen. Ja. Super. Hüpfi. Haben wir den Violetten auch. So. Weitergehen tut's da jetzt, glaube ich, da üben. Und wann bist du weg? Ah, jetzt. Okay. Dann hat ich ein bisschen, wah. Ein bisschen Luft, sozusagen. Ah, da drüben ist er. Ah. Ah, bin ja nicht viel vorhin. Okay, da drüben ist er einmal. Boah. Au. Bäh. Ich brauche Leben. Dringend. Aha. Ach so. Da kann man hochklettern. Okay. Da gibt's was zum Speichern. Oh ja, bitte gerne. Wie schön. Ach. Bin ich grad glücklich? Ich kann's gar nicht in Worte fassen. Bin ich grad glücklich? Wah. Was zum Henker? Ach so. Aha. Na toll, das muss man auch wissen. Ein beherzter Springelein nach vorne tun. Und dann, äh. Ja. Ach du liebes Herz. Hoi, Lika. Ja, wir sind übers Ziel hinausgesprungen. Aber ich glaube, wir haben ein paar Plus gesammelt. Nochmal nach oben. Das ist wieder so dann. Ach ja. Naja. Naja. Ja. Dann vielleicht nicht doch. Schau. Ah, jetzt ist es gegangen. Okay. Ich wollte grad sagen, vielleicht ist er nicht ein ganz so beherzter Sprung. Aha. Aha. Was? Da schlägt mich wieder jemand? Im Boden? Hört sich grad komisch an. So, Munizienchen. Und hier? Ah, wir haben auf dem Rucksack gewesen. Irgendwie will mich da schlagen, ne? Man hört's. Jo, ich denke mal darüber. Aha. Aha. Da hat er das Schlaggeräusch. Aha. Okay. Dann eher ein hüpfendes Geräusch. Oh, wir haben hier auch hüpfen. Komm, wir sterben. Jawoll. Viele schöne Leben. Aha. Jetzt kommen wir da hin. Okay. Aha. Da ist wieder so einer. Hm? Hm? So, lass dich treffen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Da ist noch einer. So. Wieder ein paar Leben sammeln, ne? Da drüben hab ich schon jemanden gesehen wieder. Oh Gottchen. Oh Gottchen. Oh Gottchen. Passt. Wir haben erledigt. Alles gut. So. Keine Ahnung, wofür die Schalter gerade gut sind. Aha. Aha. Okay. Na. Was war ich da? Oh Gott, was war ich da? Ich will da jetzt reinfallen. Ich wollte nur mal klubschen. Bist du narrisch. Nicht runterfallen, ihr Lieben. Da, nichts runterfallen. Das ist ganz ungesund. Aha. Natürlich. Boah. Geht das richtig? Jein. Ah. Was? Was ist das denn? Hm. 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 Ich hoffe, das stimmt so. Ah ja. Ich glaube, wir rennen verkehrt rum. Ja. Ich laufe verkehrt rum. Super, Zocki. Aber in dem Fall war es sogar nicht so ganz verkehrt. Weil wir noch so ein Triforce mitgenommen haben für unser nächstes Leben. Was? Es gibt so ein sehr schöner Respawn, der Kerl. Deine arme Munition, ey. Verrücker dich. Geht ja. So. Du Riesenbaby. So. Ja. Der Part ist auch gleich vorüber. Wusch. 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 Und wusch. Vier. Jawohl. Das heißt, das brauchen wir nicht. Okay. Aha, so ein dicker wäre da unten auch noch gewesen. Super. Was haben wir da? Schachtelgranaten. Ha. Super. Explosionsmunition. Die ist auch nicht schlecht. Leben haben wir da keins. Dann gehen wir hier wieder weiter, oder? Okay, dann sind wir wieder hier. Dann war's das, ne? Dann heißt's hier lang. Oh, ne. Schau mal da. Ja, na du. Ah, ich stehe weg. Danke. Ach, schau, bloß. Leben. Hoffentlich habe ich da nicht schon was übersehen. Ich meine, das kann mir schon mal leicht passieren, ne? Wie ihr hier wisst. So. Käfer! Nicht in mir, du Käfer. Na, warte. So. Abgemurkst. So, was nehmen wir dann? Was denn? Die Dana? Achso, bringt nichts. Das ist wieder Käfer. Tschüss, Käfer. Käfer. Au. Mist, Käfer. Was? War von hinten. Ja, ja. Ja, ja. Im Winkel kannst du kreppieren, du. Wow. Das hat ein blaues Plus. Wie? Darf ich ihn immer nehmen? Plus? Ich will's haben. Dann halt nicht. Aha. Aha. Na. Na. Ja, das habe ich wieder sauber hinbekommen. Echt. Ich wollte hüpfen. Dann fälle wieder. Fälle tun immer ins Wasser. Tue ich da. Um Gottes Willen. Mit Gratlerviechern. Ist ja ganz schön. Na. Du süß, bitte. Äh. Da, ja. Danke. Tapp, 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 tapp. Eure K. Jawoll. So muss das ausschauen. Mit Schalter. Da ist es wieder hoch. Dann gehst du ein. So. Jetzt haben wir hier einen Schalter betätigt. Geht's jetzt da unten weiter, oder wie? Tatsächlich, schau mal. Oh. Oh, schau mal. Ein schönes Plus. Man, ihn wieder nicht nehmen. Da, du, eh. Stirb weg. Was ist das? Schockwellenwaffe. Oh, ja. Nehmen wir auch gern. Und wieder zurück. Na, ganz schnell. Wäre von Vorteil. Du Gratlerviech. Ich. Habe, fangen wir da saufen. Sauber. Das passt. Das ist ja voll super. Schockwellenmunition. Ah, das sind wahrscheinlich die, ist wahrscheinlich die Munition, die immer von diversen. Au. Er hat was trofen. Jetzt ja. Okay. Aha, mit Explosion. Aha. Okay. Ich fürchte, ich muss da weiter. Ich kann ja mal mit den Treffen raten. Ich fütte. Ich kann ja einfach nur sackisch viel aus. Äh, war das? So war das? Ah ja, der Part ist auch zu Ende. Ich hätte nur gehofft, dass wir jetzt da irgendwie gleich mal speichern dürften. Jetzt wird das fast nicht lesen können wegen der Karte. Wir haben auf jeden Fall was bekommen, glaube ich. Was tolles. Mit Sicherheit. So. Leben. Das ist immer schön. Wow. Vielleicht geht es ja noch für den Abschluss des Parts ein Level Up aus. Nein. Also ein Zusatzleben, so muss ich sagen. Nicht Level Up. Oder, oder, oder? Mit Speichern. Vielleicht. Da vielleicht. Ja, wir sind zumindest mal hier. Ach, wo wartet das jetzt schnell? Zum Speichern. Äh, ja. Äh. Jawohl, das will ich noch reichen. Na gut, ich pack mich einfach mal hier hin. Ähm, und lass das einfach mal jetzt gut sein. Na gut, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.